Wunderschön. Vorrangig wohl, dass der Film endlich rauskommt. Den hätte es eigentlich schon von einem knappen Ja geben sollen, aber war einer der ersten Titel, die coronabedingt dann auf die lange Bank geschoben wurden. Und ich glaube, ich stelle nicht ganz die Zielgruppe für den Film dar, aber ich gehe da mit einer gewissen Sympathie ran, denn Carolina Herford ist jemand, den ich immer gut leiden konnte. Ich habe höchsten Respekt vor ihrem Regie-Debüt, SMS für dich und auch Sweethearts fand ich ganz okay. Und generell ist die Frau für mich eine der mögenswertesten und auch interessantesten deutschen Filmemacherinnen sowohl vor wie auch hinter der Kamera. Und was sie hier abliefert, würde ich sagen, ist ein riesiges Angebot. Denn wenn ich gefragt würde, was passiert in dem Film, wäre meine Antwort nicht wahnsinnig viel. Wir kriegen hier eine ganze Handvoll an Figuren, so Episodenfilmartig, obwohl alle eigentlich sehr dicht beieinander sind. Also der eine ist der Bruder, der andere und die Mutter der andere und so weiter. Wir kriegen eine ganze Handvoll Figuren und aus der kann man sich raussuchen, wo man sich selber identifizieren und einordnen möchte. Dazu liefert der Film wirklich einmal quer alle Altersklassen ab. Wir haben Geschichten um eine Teenagerin, zum Beispiel eine etwas korpulentere, die sich aufgrund ihres Äußeren total unwohl fühlt, die in einer Baseballmannschaft versucht, Selbstvertrauen zu finden. Wir haben so etwas älter, so im Sven-Bereich ein Model, das zwar absolut wunderschön ist, aber mit Drogen, mit anderen Sachen doch nicht wirklich besonders glücklich. Die schließt Freundschaft zu einem kleinen Mädchen. Wir haben so im mittleren Alter ein Ehepaar, das versucht, irgendwie Kinder, Karrierewünsche, Arbeit und alles irgendwie Ehepaar sein, all diese Dinge unter einen Hut zu bringen. Und wir haben ein in die Jahre gekommenes Paar, die nach vielen Jahren merken, dass sie im Grunde in der totalen Stille sind, sie eigentlich völlig monoton nebeneinander herleben. Und die Frau möchte einen Tanzkurs machen und sucht nach einer Möglichkeit, aus diesem Starren wieder auszubrechen. Und das ist halt der gesamte Film. Wir beobachten ungefähr 130 Minuten lang diesen Figurenkosmos, erleben diverse Momente, diverse Situationen, die einzelnen Geschichten durchkreuzen und überlappen sich permanent. Und daraus entsteht ein Film, der zu keinem Zeitpunkt spektakulär ist. Aber, und das ist nicht negativ gemeint, es ist spektakulär, wie klein er bleibt. Das gilt für die Darsteller. Caroline Herford ist groß genug, um klein zu sein. Das heißt, ihre Figur und ihren Handlungsstrang stellt sie jetzt nicht irgendwie sonderlich heraus. Nora Tschirner und auch diverse andere, Joachim Krohl, bekannte Darsteller, Martina Gedeck, Emilia Schöte, die sind alle in ihren Rollen, in ihren Storys, aber niemand stellt sich hier raus, hervor. Also es gibt keine Hauptfigur. Ansonsten, ja, die Frage ist, wo man anknüpfen möchte. Und damit meine ich, ich selber habe mich jetzt, ich bin Anfang 40, ich habe Frau, Kind und diese Thematik rund um das Ehepaar, dass einer versucht, wie kriegen wir die Kinder hin und die Ehe und so weiter, da habe ich mich besonders gut drin wiedergefunden. Oder beziehungsweise damit konnte ich am meisten connecten. Ebenso fand ich die Story um das Mädchen, das in das Baseballteam geht und da dann so Selbstvertrauen gewinnt, wundervoll. Aber man kann sich eben auch, je nach Lebensphase, in der man sich befindet, entsprechend anders anbinden. Und es sind stellenweise Sachen drin, die man vielleicht nicht jetzt gerade im Hier und Jetzt so hat, aber vielleicht irgendwann mal hatte oder man hat Angst davor, das so zu sehen, weil ich kam jetzt nach Hause und habe meine Frau umarmt. Das mache ich häufiger. Aber ich habe gerade einen Film gesehen, wo ich ein altes Ehepaar sehe, das ihr Leben für ihre Kinder gegeben hat und jetzt feststellt, dass zwischen ihnen gar nichts mehr läuft. Und das ist etwas, ich habe Angst davor, dass mir das passieren würde. Und eigentlich ist dieser Film für mich an dieser Stelle wie ein Weckruf, lass es nicht dazu kommen. Und wer weiß, wer sonst was aus diesem Film mitnehmen kann. Natürlich geht es auch vorrangig oder in hohem Maße um Äußerlichkeiten. Das heißt, es sind Thema, was ist Schönheit, wann fühlt man sich schön und so weiter. Das steht alles im Raum. Aber letztlich ist dieser gesamte Film eine filmische, warme Umarmung. Ein sehr schöner Film. Ja, er macht seinem Titel Alle Ehre. Und natürlich ist das nicht der riesen Blockbuster und das Ding, was jetzt hier die breite Masse ins Kino zieht. Aber, mein Gott, ich gebe es zu. Ich bin 42, saß gerade in einem Film, der in einer Ladies' Night lief. Vorne in der ersten Reihe, weil woanders kaum noch Platz war. Und währenddessen sind mir ein paar Mal die Augen feucht geworden. Gebe ich offen zu. Und deswegen, meine Begeisterung für den Film und auch für die Fähigkeit von Carolina Herford, so einen Film zu machen, gebe ich absolut zu. Oder, was heißt, ich muss nicht zugeben. Es ist da. Es ist toll. Und der einzige Haken ist, ich denke mal, das Ding hätte man ein bisschen knapper halten können. Also 130 Minuten. Wenn da 10 Minuten fehlen würden, wäre das nicht so schlimm. Aber, wie gesagt, volle Begeisterung von mir und deswegen auch begeisterte 4 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr den Trailer gesehen? Habt ihr auf den Film gewartet? Habt ihr Interesse an diesem Thema oder ist das absolut nichts für euch? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zu der nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.